Kameraleute und Reporter rissen sich geradezu um diese vier. Und das, obwohl sie gar nicht selbst die Stars sein sollten. Denn Britney Spears, Demi Lovado, Simon Cowell und L.A. Reid sind die Juroren der US-amerikanischen Ausgabe von The X-Factor. An diesem Abend wurde der prominenten Jury eine besondere Ehre zuteil. Sie durften ihre Handabdrücke im weichen Zement vor dem Grumman's Chinese Theater hinterlassen. Eine riesige Ehre verewigten sich auf diesem Bürgersteig durch schon seit 85 Jahren Hollywood-Größen wie Clint Eastwood, Tom Hanks, Eddie Murphy oder Cher. Der heimliche Liebling der Fotografen, Pop-Ikone Britney Spears. Und die neue Aufgabe scheint der 30-Jährigen gut zu gefallen. Beeindruckend, wie talentiert diese Talente sind. Es ist eine Ehre, bei diesen jungen Menschen zu sein, die ihren Traum leben. Die Castings sind vorüber und die Show startet mit einer großen Staffelpremiere. Bei der Jury gibt es jetzt keine Spur mehr von Aufregung. Immerhin sind ja auch alle vier Routiniers im Showbusiness. Deshalb hält Jurychef Simon Cowell die Spannung hoch, wenn es um die Frage geht, die alle beschäftigt. Wer wird The X-Factor moderieren? Das Top-Gerücht? Khloe Kardashian, ihres Zeichens kleine Schwester des US-Starlets Kim Kardashian. Ich würde sie wählen. Auf eine konkrete Antwort müssen Fans der Show also noch warten. Alle Fans von Britney Spears hat Cowell aber schon jetzt glücklich gemacht. Sie soll während der nächsten Wochen auch selbst noch ihren X-Factor auf der Bühne unter Beweis stellen.